Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Armeesprecher Hisbollah plante Terrorangriff auf Israel. Terrorpläne der Hisbollah gegen Israel. In einer aktuellen Stellungnahme hat ein Sprecher der israelischen Armee dazu informiert, dass die radikal-islamische Gruppe Hisbollah in den vergangenen Wochen Pläne für einen möglichen Terrorangriff auf Israel entwickelt hat. Diese Informationen stehen im Kontext der jüngsten Spannungen im Nahen Osten, insbesondere an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Der Armeesprecher erklärte, dass die Militärführung von Israel konkrete Kenntnisse über die Vorbereitungen der Hisbollah in Bezug auf einen Übergriff auf Israel hat. Es sei ersichtlich, dass die Gruppe nicht nur Militärstrategien erarbeitet, sondern auch Anschläge plant, die gegen Zivilisten gerichtet sind. Experten sehen in diesem Vorgehen ein besorgniserregendes Zeichen der Eskalation im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel. Beobachter berichten, dass die militärischen Aktivitäten der Hisbollah in den letzten Monaten zugenommen haben. Der Armeesprecher machte deutlich, dass Israel stets wachsam sei und auf mögliche Bedrohungen mit entsprechender militärischer Präsenz reagiere. Laut seiner Aussage halte die israelische Armee jederzeit die Möglichkeit eines Gegenangriffs bereit, sollte es zu einem Übergriff kommen. Die Hamas, ein weiterer wichtiger Akteur im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, wird ebenfalls in Verbindung mit den Aktivitäten der Hisbollah gebracht. Der Sprecher hob hervor, dass die Kooperationsbereitschaft zwischen diesen beiden Gruppen zugenommen habe, was die Sicherheitslage in der Region weiter kompliziere. Trotz der angespannten Situation ruft die israelische Militärführung zu einem besonnenen Umgang mit den aktuellen Entwicklungen auf. Der Fokus liegt auf der künftigen Sicherheit und der Vermeidung eines größeren Konflikts. In diesem Zusammenhang betonte der Sprecher, dass diplomatische Kanäle auch weiterhin genutzt werden müssten, um eine Eskalation zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit Besorgnis. Experten fordern ein koordiniertes Vorgehen sowie einen Dialog zwischen den Konfliktparteien, um Frieden und Stabilität in der Region zu fördern. Die Ängste der Zivilbevölkerung, die unter den ständigen Bedrohungen und militärischen Auseinandersetzungen leidet, müssen ernst genommen werden. Die Geschehnisse rund um die Hisbollah und ihre Pläne gegen Israel illustrieren die Fragilität der Situation im Nahen Osten. Für viele bleibt die Frage, wie lange diese angespannten Verhältnisse noch andauern und ob es gelingt, eine friedliche Lösung zu finden. Autor Anita Farke, Samstag, 21. September 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.